Na hallo zusammen, hier ist wieder heute Land, was ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute gibt es eine neue kleine Videoreihe von mir, die, wie ich hoffe, nicht ganz so lang wird, denn umso schneller ich quasi mein Item kriege, umso kürzer ist die Reihe. Und ja, ich würde sagen, steigen wir gleich mal ein, um was geht es denn schick ist. Wir wollen einmal das letzte Archäologie-Item bekommen, das mir noch fehlt. Das ist nämlich einmal Zinnrock der Weltenzerstörer. Er ist eine ziemlich große Waffe, ihr seht hier, vor allem bei dem Zwerg sieht sie gleich noch ein bisschen größer aus. Und das ist eins der seltensten Archäologie-Items, das man kriegen kann und auch wahrscheinlich eins der seltensten Items im Spiel. Und ja, da habe ich mich jetzt immer noch ein bisschen vor gesträubt. Jetzt, da mir nicht mehr sonderlich viel fehlt, dachte ich mir, ich gehe das an. Und ja, wie wollen wir das Opening jetzt machen? Ich habe mir ein paar Kisten gefarmt, und zwar restaurierte Artefakte. Und die können wir umtauschen. Gegen jegliche Art von anderen Artefakten. Und da will ich mir Trollsachen kaufen. Jetzt erkläre ich das hier im ersten Video mal ein bisschen, wie ich das gefarmt habe. Und zwar kriegen wir die her, wenn wir aus MOP aufwärts quasi Archäologie-Sachen herstellen. Ich kann euch das jetzt mal kurz einmal zeigen, wie das klappt. Und zwar haben wir hier zum Beispiel ein paar Mantis-Teile. Und wenn ich jetzt so ein Teil herstelle, dann kriege ich ein, ja, so ein Relikt, was ich quasi gebaut habe. Und das kann ich einpacken. Und dann wird es zu einem so ein restauriertes Artefakt. Und die wiederum kann ich jetzt hier bei den Händlern, oder ich glaube bei ihm ist es, kann ich die umtauschen. Immer eine Kiste für eine Kiste von der jeweiligen Art. Also hier gibt es alles mögliche. Hier gibt es zwergische Relikte, Fossilien, Neruba und so weiter. Das sind alle dabei. Und ich brauche für Zinnrock Troll-Relikte. Jetzt fragt sich bestimmt der eine oder andere, warum farmst du nicht einfach direkt die Troll-Teile und machst das hier über die Kisten. Das Problem ist, ich kann euch das mal zeigen. Trolle gibt es zum Beispiel hier auf den östlichen Königreichen. Und da hast du teilweise relativ lange Flugwege. Und hier hast du auch das Problem, dass zum Beispiel hier ein Fossilien-Ding gespawnt ist. Dann hier oben, das, was, muss ich mal gucken, das ist glaube ich ein Zwergen-Teil, was hier gespawnt ist. Und so weiter. Also dann hast du hier glaube ich nochmal ein Fossilien-Ding. Also du musst halt x Falsche quasi abbauen, bis die richtigen Troll-Teile kommen. Dementsprechend alles, was ich nachgelesen habe, ist es so, dass es schneller ist, in Mists of Pandaria hier in den beiden Zonen zu farmen und die ganzen Teile dann umzuwandeln in die Kisten und sich die Relikte von der richtigen Fraktion quasi aus den Kisten rauszuholen. Es gibt nämlich hier in MOP ein Item, das kann ich euch auch kurz zeigen. Und zwar hier hinten, da können wir Ausrüstung des Mantis-Artefakt-Tägers kaufen. Und in dieser Kiste sind zwei Items drin. Und zwar einmal haben wir ein Item, dass wir alle Grabungsorte in Pandaria quasi neu durchmischen können zu dem Zufallsort. Und das wichtigere Item, was quasi 24 Stunden hält, ist einmal so nah für Mantis-Artefakte und dann ist es so, dass wir nur noch Mantis-Artefakte bekommen können. Und die können nur in diesen beiden Zonen droppen und ihr seht schon, die sind alle immer relativ nah beieinander. Und das Schöne ist, die Zonen von diesen Mantis-Artefakten sind mini klein. Das Beste ist glaube ich das hier oben, irgendwo hier ist es, und da hat man wirklich in einem Radius von etwa so, ne, sind alle Relikte. Dann läufst du, machst auf, so, machst auf, läufst so, machst auf, läufst hier, machst auf. Das geht so schnell dann, dass es wirklich das Beste ist, mit diesem Item diese Kisten zu farmen. Ich werde als Gegenbeweis nochmal auch mitstoppen, wie lang ich quasi brauche, wenn ich die Troll-Artefakte farme. Jetzt werde ich erstmal hier einige Kisten aufmachen. Ihr seht, ich habe einen Haufen vorgefarmt und werde mir so ein bisschen die Daten notieren, wie viele Relikte ich da rauskriege. Und dann so ein bisschen gegenrechnen, was es dauert, wenn ich jetzt direkt die Troll-Relikte farme. So als etwa einen Indikator kann ich euch nennen, um 100 Kisten zu farmen, brauche ich zwar schon ein bisschen. Also ich habe etwa in einer Stunde 35 bis 40 Kisten, das ist etwa so der Wert. Heißt, für 100 Kisten brauche ich so etwa 3 Stunden zum Farmen. Und ihr seht, ich habe jetzt über 1000 Kisten. Wir wollen jetzt pro Opening 10, äh, nee, nicht 10, sondern wir wollen 100 öffnen. Und, ähm, ja, ich würde sagen, ähm, dann tun wir jetzt hier schon mal 100 aus, auszutieren. Und, ähm, was ich aber noch machen will, ich will mir so ein bisschen mitnotieren, dass ich das so ein bisschen gegenrechnen kann, wie viele Relikte ich aus diesen Dingern rausgekriegt habe, ne? Dass wir einfach so einen kleinen, ähm, Wert dabei haben. Und dazu mache ich jetzt mal noch schnell meine Tabelle auf und füge das noch so ein bisschen mit hinzu, dass wir einfach, ähm, da so ein bisschen die Daten haben. So, jetzt muss ich mal gucken, wo haben wir denn, machen wir hier ein neues Tabellenblatt. Das hätte ich jetzt vielleicht schon mal vorher, äh, vorbereiten können, aber egal. Das machen wir jetzt fix im, hier im ersten Teil nehmen wir uns jetzt ein bisschen Zeit. In den anderen Teilen machen wir die Dinger dann einfach nur noch schnell auf. So, also, wir schreiben uns jetzt mal auf, ich hatte jetzt schon 15 Relikte. Ich habe nämlich am Anfang ein paar Troll-Dinger mal so gefarmt und mir das schon mal ein bisschen angeguckt. Und jetzt, äh, gehen wir quasi her und tauschen die Teile um. Jetzt ist wichtig, ähm, ich habe auch schon mal hier, ja, andere Sachen aufgemacht. Und ich habe schon verkackt, dass ich mir die falschen Dinger gekauft habe, ja? Äh, da, äh, da muss man echt aufpassen. Also, hier haben wir die Troll-Relikte. Jetzt muss ich mal gucken, ne, so geht's nicht. Also, ich kann's nur mit dem Addon machen. Ähm. Und zwar muss ich echt jetzt richtig aufpassen. Also, Troll-Lische Relikte, die brauchen wir. Troll-Lisches Relikt. Okay, wenn ich mir jetzt nämlich 100 von der falschen Art kaufe, dann kann ich mir eigentlich direkt Eingaben gehen. Also, wir gucken nochmal, das sind ganz sicher Troll-Lische. So, Perch. Troll-Lisches, okay, das ist das Richtige, ja. Ja, wir haben im Streamer jetzt auch gerade gesagt, ne, man könnte sich ein Makro machen, äh, beziehungsweise wird mir gerade geschrieben, aber egal. Ich kann's auch über das Addon machen, dann kauft er mir die automatisch raus, dann muss ich das da nicht extra klicken. Dann geht's einen Ticken schneller. Er macht aber jetzt nicht 100 auf einmal, sondern er, irgendwie macht er das jetzt in, was sind das, 10er-Schritte, 15er-Schritte, irgendwie sowas. Ah, na gut, müssen wir trotzdem einen Ticken warten. Das, was ich so, ähm, aus Erfahrungswerten noch weiß, beziehungsweise nachgelesen hab, aus einer Kiste kommen im Schnitt zwischen 5, 5 bis 10 können rauskommen. Ähm, und, ja, der Schnitt wird dann irgendwas bei 7 Stück sein, also 7, also kleine Relikte quasi. So, jetzt gucken wir mal, das müssten jetzt die 100 Teile sein, also wir haben 100 Kisten, genau, 100. Übrigens, falls ihr es nicht gesehen habt, ihr habt einen neuen Charme gemacht, den hab ich Tinrock genannt, Tinrock war schon vergeben. Das hab ich deswegen gemacht, da ich einen Zwerg brauchte, und dieser Zwerg, ähm, hat nämlich eine Zusatzfähigkeit. Ihr findet zusätzliche Fragmente in archäologischen Fundstücken, ähm, und wir können auch schneller untersuchen. Und anscheinend sind das etwa 15% mehr, die man kriegt. Also man kriegt, wenn man ausgräbt, 15% mehr, und vielleicht sogar auch aus den Kisten 15% mehr. Und dieses Ausgraben, ne, also dieser Spell geht wesentlich schneller als bei normalen Chars. Also es lohnt sich schon, dafür halt einen extra Char zu machen. Gut, das war jetzt das vorgeplankt, jetzt würde ich sagen, machen wir die Dinger mal auf. Ähm, machen wir hier bloß einmal Trolle auf, und dann gucken wir mal. Also was haben wir denn jetzt, wir kriegen immer 8, 7, 6, hab ich jetzt gesehen, 9, 9, 7, 6. Also das beschreibe ich mir jetzt natürlich nicht mit, wie viel wir hier drin haben, sondern, ähm, die machen wir jetzt einfach so auf. Und wir sehen ja dann, wenn wir hier am Cap sind, ähm, dann schreibe ich mir ja quasi auf, wie lange es gedauert hat, bis wir am Cap sind, beziehungsweise wie oft ich das Cap erreicht habe. Okay, jetzt haben wir 200, ne, 200, warte mal, ich mach mir jetzt mal kurz eine Rechnung, ähm, in meine Tabelle, dass ich das dann alles nachvollziehen kann, wie viel wir genauer hatten. Also die 200 minus die 15, die wir am Anfang hatten, dann haben wir jetzt 185. Gut, das hätten wir natürlich jetzt auch im Kopf rechnen können, aber ich kopiere das dann runter für die anderen, dann muss ich das nicht jedes Mal rechnen, und, ähm, dann ist das ein bisschen einfacher. So, jetzt stellen wir die Teile her, hätte ich gesagt, und dann schauen wir mal. Man kann nämlich nur maximal 200 haben. Diese Teile kann ich jetzt übrigens nicht mehr einpacken, ne, also man kann erst die Sachen in so eine Kisse einpacken, ab, ähm, Mist of Pandaria aufwärts, die Expansion. Die Lone Expans, die gehen halt leider nicht. Genau, ähm, genau. Und jetzt craften wir einfach hier diese Extrasteine. Die habe ich mir mal gekauft, und zwar habe ich mir 300 gekauft. Das habt ihr, glaube ich, auch, wenn ihr meine Waste-Videos verfolgt, vielleicht auch mal gesehen. Und, ähm, da ist es so, dass ich, ähm, etwa 100.000 Gold für ausgegeben habe. Also für 300 Relikte etwa 100.000. Ein bisschen mehr als das waren's. Ne, mal gucken, wie viel ich jetzt aus 100 Kisten rauskriege, wie viele Sols, ne, also das hier quasi fertig machen, sind quasi Sols. Ähm, okay, jetzt haben wir schon keine Relikte mehr. Warte, wie viel haben wir jetzt noch über? Jetzt sind noch 18 über. Dann schreibe ich mir wieder 18 auf. Dann machen wir jetzt wieder ein paar Kisten auf. Ähm, ich könnte mir die wahrscheinlich auch irgendwo als Makro beinden. Da muss ich mal gucken, vielleicht, dass ich mir was erstelle. Was vom nächsten Video, ne, wir machen jetzt ein paar hier am Stück. Wir haben auch im Stream eine Kanalwette quasi offen. Ich, warte mal, wenn ich jetzt hier 490 habe und die Kiste aufmache, da sind 10 drin. Ach, dann verliere ich die Relikte. Okay, ich, okay, das ist wichtig. Ich darf, wenn ich, ähm, über 90, äh, 190 habe, darf ich keine mehr aufmachen, weil jetzt habe ich 4 Relikte verloren. Ist jetzt natürlich nicht schlimm, aber trotzdem. Okay, dann haben wir nochmal 200. Warte mal, ziehen wir mal eine Rechnung runter. Das waren jetzt nochmal 82. Gut, 4 habe ich verloren. Das ist jetzt natürlich bitter, aber gut, egal. Also man darf nicht ganz auscappen, weil dann verliert man immer was. Das ist natürlich ungünstig. Oh, jetzt haben wir hier schon das erste seltene Item, ne? Zinnrock ist halt auch ein seltenes. Dann können wir nachher auch immer ein bisschen mitzählen, wie viele Sachen wir insgesamt dann aufgemacht haben. Wobei es gibt, glaube ich, auch Makros, wo das auslesen kann. Okay, jetzt haben wir hier schon wieder, ähm, das erreicht, dass wir keine Dinger mehr haben. Wie viele habe ich jetzt schon gebaut? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13 und ein, ein Dings hatten wir schon dabei, ein seltenes. Na gut, ich habe erst die Hälfte der Kisten aufgemacht, heißt 13 Sachen habe ich. Ich habe ein großes auch gebaut, bedeutet wahrscheinlich, äh, so um die 25, 30 Solves werden wir am Ende mit den 100 Kisten erreichen. Oh, kacke, ich habe overcapped. Ich habe es, aber gut, wenn, wenn ich auf 200 bin und dann mehr Kisten aufmache, dann passiert tatsächlich nichts. Dann passiert tatsächlich nichts. Also bis jetzt hatten wir leider keinen Zinnrock dabei, aber gut, das war absehbar, ne, dass das, dass das nicht gleich am Anfang dabei ist. Also ich habe von Leuten gelesen, die halt hier 1000 Aufwärts-Sols hatten, ne, also nicht 1000 Kisten, sondern 1000, äh, mal hier das Zeug hergestellt. Ich hoffe, so unlucky werde ich nicht sein, aber wir werden sehen, ne. Ich habe mir deswegen extra schon mal einige vorgefarmt. So, jetzt können wir das wieder eintragen. Also hier hatten wir auch nochmal 200. Und dann haben wir jetzt hier 17. 31 Kisten sind jetzt noch offen. So, diesmal verkacken wir es nicht wieder und wir hören, äh, auf, bevor wir die 200 haben. Also hier haben wir jetzt bestimmt schon ein paar Reliktik gewastet. Äh, das versuchen wir jetzt mal eher zu verhindern. 78, 84, 94. Okay, jetzt hören wir auf. Dann trage ich hier 194 ein. Und dann machen wir nochmal ein paar auf. Och, Mann, ich dachte mir gerade, ich sehe drei Dinge, ne. Ich dachte mir, jetzt kommt's, aber nee, es ist die Voodoo-Statue. Was will ich denn mit dem Ding? Das hier, das ist ein Pad. Naja, vielleicht können wir es nur verkaufen. Ich hatte gerade wirklich schon so den Ding, oh, ist es das? Ist es das? Aber nein, es ist es leider nicht. Ja, der war auch. Können wir noch craften? Gut, jetzt haben wir hier nochmal sieben. Machen wir die noch alle auf. Gut. Okay. Oh, jetzt habe ich nicht genau aufgepasst, wie viel ich jetzt offen hatte, aber das ziehe ich dann einfach nur aus dem Video raus. Gut, wie viel haben wir jetzt insgesamt aufgemacht? 8, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29. Genau, ich habe genau 30 Teile jetzt hergestellt mit den 100 Küsten. Ja, ist ja gar nicht schlecht. Gut, hier war jetzt leider kein Sinnrock dabei. Aber jetzt habt ihr zumindest mal das Grundsystem verstanden, wie es funktioniert. Ich tue jetzt mal kurz meine Liste reinziehen. Also im ersten habe ich 185 Relikte, 182, 179, 177 und jetzt muss ich halt mal noch die restlichen, da wir jetzt nicht aufgepasst, wie viel es waren, noch zusammenzählen. Aber das sind jetzt hier schon, ja gut, das wären 800, bisschen wahrscheinlich 750 oder so sein, mit denen, die paar, die ich da noch hatte, vielleicht 800 von den Relikten, ne, für quasi, ja, für quasi 100 Kisten. Ich werde, wenn ich die alle aufmache und Sinnrock nicht kriege, wie gesagt, mal lostigern und Trollrelikte direkt farmen und das mal ein bisschen gegenrechnen, wie viel ich da dann in einer Stunde kriege, beziehungsweise in der Zeit, ne, etwa 3 Stunden, bis ich 100 Kisten gefarmt habe. Ob ich da auf einen ähnlichen Wert komme, ob ich auf mehr komme, auf weniger, ne, das werden wir dann sehen. Aber gut, für das Opening sind wir jetzt erstmal durch. Das war jetzt ein bisschen längere Red für das erste Video. Bei den nachfolgenden machen wir einfach nur noch die Kisten auf und schauen, was wir rauskriegen. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was, ähm, ihr davon haltet, beziehungsweise habt ihr vielleicht auch schon Sinnrock gefarmt. Würde mich interessieren, bei wie vielen Tries ihr seid. Und ja, dann sehen wir uns da wieder. Euer Tila, bis dahin. Ciao.